...und das Thema Behinderung und den gesellschaftlichen Umgang der Länder. Zitronenwasser versteht sich als Plattform, um die Anliegen von Menschen mit Beeinträchtigungen einer breiten Öffentlichkeit mitzuteilen. Sie erzählen abseits gängiger Klischees und mit Humor aus ihrem Leben. Die eingereichte Folge Familie Feuerstein, die wir so eben gesehen haben, beschäftigt sich mit dem Thema Mutterschaft und Beeinträchtigung bzw. Behinderung. Und in einem sehr persönlichen Interview gewähren Tochter Lea und Mutter Bernadette Feuerstein Einblicke in ihre Lebenswelt. Ernst Spießberger wurde 1967 in Gmunden gefordert, lebend und arbeitet in Wien. Nach seiner Zimmermannslehre und der Gesellenprüfung arbeitete er als Autodidakt in die Berechnungskulptur, Malerei und Kleronik. 1989 bis 1997 war er Betreuer bei der Lebenshilfe Oberösterreich und bei der Kadidas Linz und absolvierte auch eine Ausbildung zum Fachbetreuer. Er studierte anschließend Bildhauer der Etanz medialer Raum an der Kunstuniversität Linz und setzte sein Studium Anfang der 2000er Jahre an der Kunsthochschule Berlin, Weißensee und an der Humboldt-Universität in Berlin fort. Weiters studierte er Szenografie an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam und schloss mit einem Diploma. Seit 2002 ist er freischaufender Künstler und Filmemacher. Nach seinem Umzug zurück nach Wien arbeitete er in der Multimediagruppe der Lebenshilfe Wien und gegenwärtig ist er Geschäftsführer von Zitronenwasser Social Art Movie. Zudem hat er mehrere Lehrtätigkeiten an Universitäten und Schulen inne. Martin Habacher absolvierte die Handelsakademie und studierte danach, wie er selbst schreibt, nach einem zweijährigen Besuch in der Werbewelt und ist heute selbstständiger Social Media Berater. Mehr über Martin Habacher finden Sie im Internet unter www.mabacher.com bzw. über Facebook als Blogger on Wheels. Den Fernsehpreis der Erwachsenenbildung 2013 in der Sparte Sendy-Reihen überrechnen unter Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser in Schiener-Rudorf-Lanton an Ernst Spießberger und an Martin Habacher. Und ich darf Sie zu mir heraus bieten. Applaus 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 Ja, was soll ich da jetzt sagen? Ich muss ehrlich sagen, ich bin total überwältigt. Das war ich nicht vorbereitet. Ich habe mir gedacht, ich komme nur her und Glück wünsche ich alle anderen. Ja, ich würde mal sagen. Und ich denke mal, Martin, du bist bestimmt in der Sendung, vielleicht weißt du ein bisschen mehr. Ich meine, vielleicht mal dazu zu der Sendung. Wir haben nur fünf Sendungen gemacht, ja, und haben jetzt schon zwei Preise bekommen. Ich habe mir fast ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht mehr Sendungen gemacht haben. Okay. Es ist genau richtig. Das beste ökonomische Ergebnis. Das war 35 Volt. Ja, auch von meiner Seite danke. Ich werde immer angesprochen. Hey, da bist du ein Mann von Zitronenwasser. Nein, ich bin nur das Gesicht von Zitronenwasser. Der Mann steht hier. Wir beide sind sehr glücklich darüber, glaube ich. Und ja, vielen, vielen Dank. Auch Gratibation an die harte Konkurrenz. Ich glaube, sie wollen nicht, dass wir Koma haben. Applaus 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 Applaus